Es trug sich zu an einem verregneten Tage, als ein tapferer Klemmbausteinerkunder namens Valleybrick die YouTube-App öffnete. Da sprang ihm ein Video ins Gesicht, ein Video des weisen Noppy, dem Baustein-Onkel von YouTube. Er sah die große Krabbe von Area X und wollte unbedingt mehr erfahren, als der weise Baustein-Onkel folgenden Satz in die Kamera sprach. Die Lizenzmarke von Simbo, da laufen die Sitz drüber, die Lizenzen haben. Zum Beispiel Spongebob vom Kopf oder auch Yo-Gi-Oh. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. In diesem Sinne mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem neuen Video über einen neuen Hersteller, obwohl das nicht ganz stimmt. Ich hole die ganzen Sachen mal ins Bild. Und zwar haben wir heute hier zwei Area X-Sets, die Lizenzsparte von Sembo. Und dieses Mal geht es um eine Lizenz, die ich als Kind richtig, richtig cool fand. Da kommen echt gute Erinnerungen hoch. Aber ich weiß auch, dass wahrscheinlich von euch viele nicht so die Erinnerungen dafür haben. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Sets eine Chance gebt und euch einfach mal auf dieses Video einlasst. Wir haben den schwarzen Magier als großes Set. Wir haben zum Beispiel auch den weißen Drachen mit eiskalten Blick im Angebot von diesem Hersteller. Aber wie wir das auf dem Kanal kennen, schauen wir uns ja auch sehr, sehr gerne die kleinen Sets an. Und da habe ich heute für euch die AB0047 und die AB0046 mitgebracht. Einmal den Magier der Zeit und das süße Koribu. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Sets heute zusammen erkunden werden. Ich habe die beiden Sets in China bestellt bei Bar Weir. Das ist einer dieser China-Klemmerstein-Shops, mit denen ich eigentlich durchgängig gute Erfahrungen sammeln durfte. Und deshalb werde ich den auch wie immer unten verlinken. Ich bekomme dafür kein Geld. Aber wer gute Arbeit leistet, der wird natürlich auch genannt. Und dazu gehört Bar Weir auf jeden Fall dazu. 10,33 Euro haben diese kleinen Sets von Yu-Gi-Oh! dort gekostet. Es kommt zwar immer noch der Versand dazu, der ist aber natürlich davon abhängig, wie viel man dann kauft. Und umso mehr man kauft, umso besser verteilt. Bei zwei so kleinen Sets hauen natürlich 6 Euro Versand nochmal mehr rein als bei größeren Sets. Also kann man sagen, mit Versand haben dann die beiden Sets, wenn man sie so bestellt, 13,33 Euro gekostet. Das finde ich, wenn die Qualität passen sollte, für ein Lizenzset auch völlig in Ordnung. Die Anleitungen sind klein, aber klammergebunden. Die Papierqualität ist wirklich gut, das fasst sich gut an. Und auch die Druckqualität überzeugt mich. Es wird in den Anleitungen nichts ausgegraut, sondern alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir für das Kuribu 54 Bauschritte auf 36 Seiten verteilt. Und dann kommen natürlich noch ein paar Werbeseiten. Über die zwei haben wir ja schon gesprochen. Die drei Götterkarten ist natürlich auch cool, dass das umgesetzt wurde. Und auch so kleine Vitrinen-Dioramen gibt es davon zu kaufen. Kritikpunkt an den Anleitungen ist für mich, dass wir hier keine Teilliste haben. Die Anleitung vom Zauberer der Zeit ist natürlich genauso. Und hier haben wir 34 Bauschritte auf 28 Seiten verteilt. Und noch einmal einen ähnlichen Werbeblock wie beim Kuribu. Und dann haben wir natürlich noch die Steinetüten. Hier vom Kuribu und hier vom Zauberer der Zeit. Die Tüten haben nochmal ein ganz eigenes Design. Das gefällt mir bei Area X. Und beim Kuribu haben wir aber auch noch etwas, was mir nicht allzu gut gefällt. Und zwar haben wir da noch drei Teile, die wir uns aus einem Träger selbst lösen mussten. Da ist auch keine Tüte drum gewesen. Das heißt, gerade im Versand aus China kann so ein Teil schnell rausfallen und ist dann weg auf Nimmerwiedersehen. Auch mit dem Lieferumfang haben wir diese zwei Karten. Die schauen wir uns dann natürlich noch am Ende zusammen an. Ich würde sagen, wir verlieren auch gar keine weitere Zeit und ich baue als erstes den guten Zauberer der Zeit. Vielleicht bekommen wir ja noch ein wenig Zeit zurück. Sehr schnell war der Bau vorbei, wie als wäre da die Zeit irgendwie vorgespult worden. Aber es hat sich vielleicht eher um 15 Minuten gehandelt. Und so steht er vor uns. Vorneweg kann ich sagen, die Anleitung war komplett eindeutig. Da gab es überhaupt keine Probleme. Und auch die Teilqualität hat mir bis hierhin gut gefallen. Da reden wir aber natürlich nochmal drüber, wenn auch das Kuribo gebaut wurde. Was mir so schon sehr gut gefällt an dem Set, wir haben hier die Zahnräder schön in dem Gold-Metallic-Ton. Ebenfalls haben wir hier unten die silbernen Steinchen für den Stand. Den Stand finde ich sowieso sehr gelungen. Da haben wir diese schönen blauen Trans-Clear-Teile verbaut. Und was noch cooler ist, wir haben da einen Lightbrick verbaut. Und somit kann man den Stand beleuchten. Und das Set sieht irgendwo noch cooler aus als so schon vorher. Was mir gut gefällt, wir haben einige Prints dabei. Darunter haben wir hier einmal bei dem Stab oben die Uhr als Print. Wir haben hier oben nochmal einen etwas unauffälligeren Print. Zugegeben etwas unwichtiger und man sieht es auch kaum noch. Wir haben hier unten bei so einer schwarzen Fliese auch eine Kennung als Print. Und wir haben beim Zauberer der Zeit an sich nochmal drei Prints. Da haben wir die Round-Tile mit Noppe in der Mitte. Und wir haben noch die zwei gelben Fliesen, die blau beprintet sind. Es fällt jetzt natürlich im gebauten Zustand weniger auf. Aber man muss sagen, hier ist es sehr schief gegangen, gelb auf blau zu drucken und blau auf gelb zu drucken. Beide Farbtöne passen nicht. Und obwohl der Übergang dieser Wellenform eigentlich echt gut getroffen gewesen wäre, hat man doch einen sehr starken Farbunterschied. Das stört schon gewaltig. Man hätte sich da besser getan, wenn man die Grundfarbe generell gelb gemacht hätte und alles blaues bedruckt hätte. Was noch sehr schade ist, auch die Augen sind kein Print. Die Augen sind ein Sticker, leider auch ein unschöner Transparenzsticker, der insgesamt über drei Teile geht. Es ist schon schade, dass bei einem fast komplett bedruckten Set dann nochmal so ein Sticker dabei ist. Und ich habe ja schon gesagt, dass mir das Dance sehr gut gefällt, aber auch die Grundform vom Zauberer der Zeit gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier mit sehr wenigen Teilen das Vorbild sehr gut getroffen. An Stellen, wo es nötig war, sind Sonderteile zum Einsatz gekommen, wie bei den Händen hier. Und ich finde gerade, der Umhang ist zwar sehr einfach konstruiert, aber macht auf jeden Fall was her. Also mit dem Zauberer der Zeit hatte ich schon mal Spaß. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr entweder Zeichentrick oder andere Filme in der Kindheit gesehen habt. Irgendwie ist es so, wenn man die als erwachsen sieht, sind die doch sehr, sehr schlecht gealtert. Aber wir haben ja nicht nur den Anime in diesem Fall, sondern Konami hat da ja eine Gelddruckmaschine hervorgebracht, in dem sie ihre Spielkarten mit dem Anime beworben haben. Ein ähnliches Konzept wie bei Pokémon und es hat ja in beiden Fällen sehr gut funktioniert. Deshalb finde ich es cool, dass wir hier auch eine kleine Karte dabei haben, auch wenn diese natürlich nichts mit einer echten Yu-Gi-Oh! Karte zu tun hat. Daraus kann man sich aber einen schönen Stand basteln. Ich finde, es ist eine etwas fatale Chance, dass hier nicht noch zwei, drei Steine dabei sind, um den Stand als Plakette dann aufzubauen. Aber vielleicht kennt ihr ja diese kleine Konstruktion, auf der ich immer die Figuren präsentiere und zufälligerweise kann man damit auch sehr gut diese Karte hier als Stand benutzen. So etwas zu bauen ist einfach, vielleicht dann bei euch aus etwas passenderen Farben. Aber wie gesagt, eine etwas fatale Chance, dass das nicht schon von vornherein im Set dabei ist. Alles in allem hatte ich damit trotzdem schon viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass es beim Koribo genauso weitergeht. Und wir sehen uns gleich mit den beiden Sets fertig wieder. Etwas länger als beim Zauberer der Zeit hat jetzt der Bau von dem Koribo gedauert. Aber auch dieser war relativ schnell vorbei, also wir reden da vielleicht über 25 Minuten. Je nachdem, ob man da ein schnellerer oder etwas genießender Bauer ist. Im Gegensatz zum Zauberer der Zeit haben wir beim Koribo keine Sticker. Das ist schon mal sehr schön. Und vor allem, wir haben auch bei ihm wieder Drucke. Wir haben die zwei geprinteten Augen. Die Prints sind jetzt nicht die höchste Qualität, aber es reicht durchaus aus. Man sieht natürlich im Zusammenspiel mit dem Zauberer der Zeit, was wir vorhin besprochen haben, dass die Prints trotzdem noch etwas schöner gemacht werden könnten. Und wir haben hier auch noch zwei einfache Drucke, die sehen wiederum sehr gut aus. Auch hier haben sie sich wirklich Mühe gegeben, einen schönen Stand zu bauen. In diesem Fall jetzt in dem Trance Yellow mit dieser Blüte. Und natürlich haben wir auch hier wieder einen Leuchtstein dabei. Wenn die zwei dann so zusammenstehen, sieht das doch schon richtig gut aus. Ähnlich wie beim Zauberer der Zeit gab es hier keine Probleme in der Anleitung. Der Bau hat auch durchgängig Spaß gemacht. Er war nicht eintönig. Und auch im Koribo verbauen wir ein paar Bruststeine und haben ein paar Mal eine Baurichtungsumkehr. Also das hat durchgängig Spaß gemacht. Auch beim Koribo haben wir natürlich so eine Karte dabei. Und genauso wie beim Zauberer der Zeit fand ich hier die Steinequalität gut. Gut, aussehensmäßig gefallen mir die Steine sehr gut. Sie glänzen, wir haben kaum matte Oberflächen und wir haben kaum Kratzer. Auch das Baugefühl macht auf jeden Fall Freude. Aber man muss sagen, die Klemmkraft ist ein Stückchen unter dem dänischen Hersteller. Und auch der dänische Hersteller hat ja keine besonders hohe Klemmkraft. Für solche kleinen Figuren reicht es. Aber wenn man dann so ein großes Set hat, da bin ich mir nicht sicher, ob das ausreicht. Und trotzdem sind das durchweg gute, solide Steine. Man braucht sich da keine Sorgen machen. Und ein, was steht für mich fest, sie sehen beide richtig, richtig gut und putzig aus und passend zum Vorbild. Man hat sich hier Gedanken gemacht. Und man muss einfach sagen, auch mit den Stands und den Leuchtsteinen sind die ihr Geld auf jeden Fall wert. Und ich finde es schön, dass man sich hier Gedanken gemacht hat und nicht einfach nur irgendeine Lizenz genommen hat. Und da zu schlecht durchdachte Sets auf den Markt geschmissen hat. Das ist nicht so lieblos wie so manch andere Lizenzthemen. Hier ist ein wenig Liebe reingeflossen und das merkt man. Auch wenn es die zwei kleinen Probleme gibt mit den Stickeraugen und der schlechten Druckqualität beim Zauberer der Zeit. Solche Ausfälle gab es beim Kuribu nicht. Auch die Druckqualität der Augen könnte besser sein. Aber es fällt bei Weitem nicht so stark auf wie bei dieser Figur. Gefallen tun sie mir aber auf jeden Fall beide und sind für mich auch eine Kaufempfehlung. Natürlich muss man, um diese Sets zu mögen, auch Yu-Gi-Oh! mögen. Ob jetzt die Karten oder den Anime ist dabei ja erstmal völlig egal. Bei mir war hier natürlich viel alte Erinnerungen dabei. Aber auch unabhängig von dieser alten Erinnerung finde ich können die Sets was. Sie bringen Bauspaß und haben mit den Leuchtsteinen ein kleines Extra dabei. Der Sockel ist gut durchdacht. Es wurde bei diesen Metallicfarben zum Beispiel nicht der einfache Weg gegangen und man hat es einfach in Gelb und Grau reingeschmissen. Sondern man hat es schön gemacht. Man hat viele Drucke, auch wenn sie nicht in der besten Qualität sind. Aber für 10,30 Euro pro Figur ist das ein guter Deal. Die Karten sind dann nett, dass sie dabei sind. Aber hier hätte mir nur noch der letzte Schub Liebe gefehlt. Dass man diese Karten noch mit dem Set drapieren kann als Plakette. Das haben sie leider nicht noch mit reingenommen. Alles in allem sind aber beides wirklich gute Sets. Ich kann deshalb nur sagen, Glück gehabt, dass ich das Video vom lieben Noppy gesehen habe. Und damit diese beiden Sets hier erleben durfte. Und ich habe auch richtig Lust, so ein großes Set für mich mal privat zu bauen. Vielleicht werde ich hier ja auch berichten. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch natürlich dieses Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.